Was wünschst du dir zu Weihnachten, David? Alle 40 Sekunden wird ein Kind entführt. David! 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 Aber dies ist keine gewöhnliche Entführung. Werden Sie mir wehtun? Sieh es als ein Spieler. Und auch kein gewöhnliches Kind. Bin es bloß schon vorbei, wir Schatz. Siehmex! Hörst du dieses Flüstern? Das stimmt nicht mit diesem Haus. Wer hat dich rausgelassen? Er hat unsere Gesichter gesehen. Ich höre Stimmen. Diese Dinge, die ich in der Nacht höre. Ich habe das Gefühl, jemand pflanzt mir Ideen in den Kopf ein. Lass uns David freilassen. Wir haben das Geld echt bitter nötig. Wie war das noch? Jeder gewinnt dabei. Ich bin dafür, wir lassen David laufen. Ich glaube, ich will noch gar nicht wieder nach Hause. Was bist du nur, David? Die Augen sind die Fenster zur Seele. Ich bin dafür, 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 ich bin dafür. Vielen Dank.